Ja, willkommen zurück, hallo allerseits und tatsächlich, wir gehen mal hin und machen heute das Blink-Sketch. Ja, jetzt fragt ihr euch natürlich, ist der Armin komplett übergeschnappt? Das Blink-Sketch, warum? Warum ausgerechnet sowas blöd ist? Ich meine, einerseits ist es das wahrscheinlich meist ausgeführteste Programm auf Arno Inus generell, weil jeder hat das schon mal gestartet. Normalerweise startest du es, du kriegst neue Hardware und musst das mal ausprobieren. Läuft die Karol denn vernünftig? Was machst du? Blink-Sketch drauf, natürlich. Also das meist ausgeführteste Programm wahrscheinlich auf den ganzen Mikro-Controllern, die wir so haben und unser praktisch Hallo Welt für jeden, der das jetzt schon mal gemacht hat. Andersrum kann man am Blink-Sketch aber prima zeigen von wegen, hey, wie optimiere ich denn eigentlich? Und wir werden heute runtergehen bis auf ein Blink-Sketch in einer Zeile. Machen wir gleich. Okay, fangen wir mal erst mit dem Standardzeug an. Und ich langweile euch heute mal nicht damit, dass ich hier die ganze Zeit vor mich hin tippe. Also ich gehe einfach hin und lade das Ding mal, weil das liegt ja unter Files oder Dateien im Deutschen, unter Examples oder Beispiele im Deutschen, unter Basics. Ich glaube, das heißt gleich. Und Blink. Ich mache es nochmal ein bisschen größer, dass wir das alle sehen können. Blablabla. Warte mal, ich lösche mal den ganzen Graffel hier oben weg. Weil für die Funktion brauchen wir das bis dahin nicht. Wir fangen eigentlich hier erst an und da wird es dann interessant. Ja, viel zu erklären gibt es da eigentlich nicht dran, weil das ist so primitiv, da muss man nicht viel zu sagen. Wir schalten eine LED, die hier mit LED-Build-In definiert ist, schalten wir auf Output. Dann schalten wir die LED ein, warten 1000 Millisekunden und schalten die LED wieder aus. Und das muss ich jetzt nicht kompilieren, weil ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, in der kleinen Einblendung von der UNO da auf der rechten Seite blinkt das die ganze Zeit schon vor sich hin. Okay, optimieren wir mal ein bisschen da dran. Das Erste, was wir tun können, wir haben zweimal Digital Write hier drin. Das ist ja, ist okay, muss man aber eigentlich nicht haben, weil ein Pin-State hier, also der von in diesem Fall LED-Build-In, den kann ich auch wieder lesen. Ich kann da zum Beispiel hingehen und sagen, Digital Read, Kameram, und dann nehmen wir hier mal vorne das Dingens, Copy, Steuerung V. Genau, und wir wollen das ja inventieren, also wenn es 1 ist, soll es 0 werden, also schreiben wir hier vorne einfach ein Not, ein Ausrufezeichen da vorne vor. Warte, ich schmeiße mal den ganzen Graffel hier hinten weg. Klack, und das Delay können wir lassen, aber das brauchen wir nicht mehr, weil wir sind ja jetzt schon mal viel optimierter, weil wir gehen ja jetzt nur noch hin und sagen, okay, das passiert alles nur noch einmal in der Sekunde und einmal in der Sekunde ändert sich einfach der Ausgabezustand. Und ich schicke das mal gerade an die Maschine. Ja, wie erwartet, hat sich jetzt nicht geändert. Damit ihr mir auch glaubt, dass sich da was getan hat, ändere ich mal gerade die Blinkfrequenz. Ich könnte ja mal gerade doppelt so schnell machen, wobei ich mich eigentlich immer angewöhnt habe, ich bin ja so ein fauler Kerl bin ich ja. Ja, ich tippe dann einfach irgendwie viermal die Taste oder dreimal die Taste und wenn es nicht um irgendwelche genauen Zeiten geht, bin ich hiermit eigentlich immer schneller. Ja, und auch wie erwartet, die LED blinkt schneller. Tut also genau das, was wir wollen. Ein kurzes Wort noch dazu, wann ist dein Code gut genug? Darüber haben wir schon mal bei der langen Ampel gesprochen und die Ampel ist ja praktisch ein zu Tode optimiertes System, wo man dann mit steigender Komplexitätsgrad auch eigentlich mehr Zeit investiert, um das Ding zu schreiben. Wenn du nur einen schnellen Blinker brauchst, du brauchst nur eine LED, die irgendwie vor sich hin blinkt, bist du gerade fertig. Du brauchst nicht mehr zu tun. Es macht gar keinen Sinn, hier jetzt mehr Zeit reinzupacken. Was man jetzt hier daraus lernen kann, so ein paar Sachen, wo man sagen kann, okay, komm, wie können wir das denn besser machen? Besser machen hilft dir eigentlich immer, weil jedes Mal, wenn du dein Codenstückchen besser machst, wirst du im Schreiben besser. Und wenn du dir das angewöhnst, wirst du auch merken von wegen, hey, ich kann komplexere Sachen schreiben, ich schreibe sie schneller, ich schreibe sie einfacher. Und ja, es macht also Sinn, dich auch mal kurz mit Codeoptimierung zu beschäftigen. Okay, optimieren hierbei. Hierbei ist jetzt, ja, das Erste, was mir jetzt eigentlich hier so beauffällt, ist, dass wir hier die ganze Zeit warten. Wir haben ein dickes Delay drinstecken, 4, 4, 4. Das heißt, die CPU toggelt diesen Pin und danach wartet sie. Die tut sonst nichts. Die hängt die ganze Zeit rum und wartet drauf, dass diese Zeit abgelaufen ist, damit sie den Pin wieder toggeln kann. In dieser Zeit, während das Delay hier an ist, macht die CPU nichts anderes. Die kann auch gerade gar nichts anderes machen, weil sie hängt halt da drin fest. Okay, jetzt ist dann immer das dazu, wie kriegt man das hin? Lasst es uns asynchron schreiben. Okay. Ihr wisst, dass ich ein Fan von Funktionen bin, also mache ich uns mal gerade ein Void. Nee, Void. Ich kann heute nicht mehr schreiben. Und ich nenne das Ding jetzt einfach mal Blink-Task. So, und wir wissen ja, wir haben im System ein Ding, was uns die ganze Zeit für, was uns eigentlich ein Timekeeper liefert, nämlich die Millis-Funktion. Die kennen wir. Das ist ein Ding, was automatisch im System läuft und was in jede Millisekunde einen raufgezählt wird. Seit Start des Systems zählt man eine kleine Arduino CPU an den Millisekunden. Das macht sie in einer 32-Bit-Zahl. Das geht also bis eine Menge. Habe ich gerade nicht im Sinn. Ist auch nicht schlimm. Okay, Millis ist ein guter Anpack dazu, wenn wir uns nämlich Zeiten merken wollen. Und was wir hier machen wollen, wir wollen eigentlich jedes Mal, wir wollen jetzt eigentlich darauf warten, dass eine bestimmte Anzahl von Millisekunden runtergelaufen ist. Und dann wollen wir den Ausgang hier togeln, also praktisch dieses Ding hier nehmen. Das hier. Und dann warten wir wieder darauf, dass eine bestimmte Anzahl von Millis runtergelaufen ist. Das kann man relativ einfach machen, indem man so eine If-Sender für baut. Und zwar, ich baue die mal kurz. Nein, nicht dahin. If. Immer gut. So, und zwar können wir nämlich sagen, wenn wir, wir können jetzt mal eine Zeit speichern. Wir sagen einfach mal, Last Time. Und das muss, da wir ja gegen eine 32-Bit-Zahl vergleichen, muss das auch eine 32-Bit-Zahl sein, also UN32T. Und da wir die in dieser, in dieser, in dieser Funktion hier, immer gleich behalten wollen, müssen wir das Static setzen. Sonst fällt die nämlich jedes Mal runter, wenn wir die Funktionen auflösen. Also Static, damit bleibt es in dieser Funktion immer, der Wert bleibt immer erhalten. Das ist so ähnlich wie eine globale Variable, bloß es halt keine globale Variable ist, sondern dass die nur für diese Funktion gilt. Und die setze ich jetzt erstmal auf 0. Okay. Wenn ich jetzt gegen diese globale Variable etwas vergleichen möchte, dann brauche ich meine If, die ich hier schon aufgemacht habe. Schlaues Kind. Und jetzt kann ich nämlich einfach sagen, von den Millis, möchte ich gerne meine Last Time abziehen. Also das Ding hier. Copy. Und das möchte ich gerne mit einem Intervall vergleichen. Jetzt gehe ich hin und sage, Intervall könnte ich jetzt hier oben festlegen, könnte ich auch als globale festlegen, dass ich zum Beispiel hier irgendwo sage, define und dann setze ich da drin rein, so soll ein Intervall sein. Ich glaube, ich möchte das ein bisschen flexibler halten. Ich gehe nämlich hin und mache dann hier im Blind-Task, mache ich einfach eine UN32T auf und die heißt dann einfach Intervall. mit einem L, mit zwei L, egal, für den Compiler ist das egal. Und entweder übergebe ich das jetzt dem Blind-Task, wenn ich den aufrufe, oder ich kann einfach sagen, ich definiere das schon mal vor, ich setze den jetzt einfach mal auf 1000 Millisekunden. So, und was ich jetzt hier mache, ich vergleiche einfach gegen diesen Intervall. Und zwar mache ich das so herum. Intervall. Huh, fragst du dich gerade, Moment, müsste das nicht andersrum sein, weil diese Zahl, die läuft ja rauf. Das wird ja hier dann Minus gerechnet, das müssen wir ein bisschen in Klammern setzen, das macht Sinn. Quatsch. Klammern macht hier Sinn. Wo ist denn meine Taste heute hier? Warum schreibe ich das so rum? Weil ich, wenn das noch nicht erfüllt ist, wenn dieser Fall also noch nicht eingetreten ist, ich diese Funktion einfach hier direkt verlasse. Du läufst also hier rein, guckst nach, ist das hier, ist Millis schon Minus Last Time, Minus Last Time ist das schon ein kleiner Intervall und wenn nicht, springt er raus. Und ansonsten wird das ausgeführt, was hier hinter passiert. Das Erste, was wir natürlich tun müssen, wir müssen jetzt Last Time aktualisieren. Wir nehmen uns also hier oben Last Time, schieben den hier rein und füllen den mit den aktuellen Millis, weil sonst kann er ja nicht wissen, wann das nächste Mal der Fall hier laufen soll, wann das das nächste Mal passieren soll. So, und jetzt machen wir nicht mehr viel, jetzt klauen wir nämlich einfach hier unten aus unserem Loop, klauen wir nämlich einfach den hier, was kann ich da vorsetzen. Also für diese Funktion ist es egal, wann ich hier Last Times aufrufe. Das kann so ein bisschen darauf ankommen, wie lange deine Funktion läuft und wie genau das ganze Ding sein muss. Ja, und jetzt brauchen wir eigentlich nicht anders zu tun. Jetzt können wir nicht einfach nur Blinktask hier oben aufrufen. Copy. den füge ich hier einfach ein. So, und dann schicken wir das nochmal an die Maschine, wa? Dann Uploading und das blinkt mit, ja, würde mal sagen, so ziemlich genau einer Sekunde. Dadurch, dass wir jetzt hier ja praktisch einen Parameter hier eingebaut haben, dieses Blinktask, der Intervall kann ja hier verändert werden, kann ich jetzt also zum Beispiel auch sagen, ich möchte den Blinktask, möchte ich gerne richtig fix sehen, wenn ich das jetzt hier einfach reintue. Und zack, habe ich ein hektisches Blinken, so wie das gedacht war. Der Blinktask hier ist natürlich jetzt praktisch nur so ein Anschauungsobjekt. Was du hier drin tust, ist natürlich komplett dir überlassen, ob du irgendwelche komplexen Zahlen auswertest, ob du zum Beispiel einen Sensor abfragst, irgendwie da drin, das kannst du alles hier drin tun und wenn du das richtig baust, dann hast du praktisch diese Blinktask, davon hast du, von dieser Funktion, von dieser Art der Funktion, hast du einfach einen Haufen rumliegen, die einfach asynchron die ganze Zeit mitlaufen, die die ganze Zeit nur im Loop aufgerufen werden und sonst brauchst du dazu eigentlich nichts. So kann man sehr, sehr gut Delay-frei progressieren. Ihr wisst, Delays are bad und so funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut, wenn man halt solchen Code hier schreiben möchte, der zeitunabhängig ist und trotzdem halt auf einen bestimmten Takt läuft. Jetzt kann ich das nicht mehr ausklappen, wir sind hier kaputt. So, jetzt habe ich ja vorhin schon versprochen, wir kriegen das Ding noch kleiner und dabei behalten wir sogar bei, dass es asynchron läuft. Okay, wie kann man denn sowas machen? Wir wissen, wir haben im System eine Funktion drin liegen, die die ganze Zeit schon für uns vor uns hin zählt, das ist nämlich die Millis-Funktion. Die rechnet die ganze Zeit rauf. Stell dir vor, wir hätten eine Millis-Funktion, die würde von 0 bis 1000 laufen und wir könnten, die würde die ganze Zeit immer wieder von 0 bis 1000, 0 bis 1000, 0 bis 1000, 0 bis 1000 laufen. Das wäre schon ganz praktisch, wäre das ja. Und darin könnten wir nämlich dann jetzt einfach nur sagen, von wegen, wenn diese Funktion größer 500 ist oder kleiner 500 ist, ist eigentlich egal, wie rum, größer 500, dann soll unsere LED 1 sein oder soll 0 sein. Hm, wie kriegt man denn sowas denn? Ja, geht. Und zwar ist der ganze Trick dabei eine Funktion, die heißt Modulo. Ja, die hat man nicht so direkt auf dem Schirm, das ist eigentlich eine Grundrechenart, ist es eigentlich. Und zwar ist es bei einer Division der Rest, der übrig bleibt. Ah, ist jetzt nicht ganz so eingängig, aber ich glaube, eine kleine Vonext-Schleife macht das Ganze viel, viel eingängiger. Warte mal, ich programmiere mal kurz ein paar Meter dazu. So ist das glaube ich angenehmer, als wenn ihr die ganze Zeit zugucken müsst, als wenn ich hier vor mich hin tippe. Okay, das Ding hier macht nicht viel, das ist ein kleines Testprogramm, einfach nur um mal Modulo zu zeigen, wie Modulo funktioniert. Modulo wird übrigens mit dem Prozentzeichen hier angesagt, da es sagt, nimm den Schleifenzähler hier Modulo 5. Okay, was tue ich hier? Ich gehe erstmal hin, ich glaube, das ist mir oben drin gelassen, weil wir haben hier brauchen es gleich sowieso noch mal. Schalte unsere serielle Konsole ein, fahre dann eine kurze Vorschleife, die von 0 bis 25 läuft in einem Aufzähler von einem Schritt jeweils, klar. Und hier drin passiert nicht viel, wird nämlich nur ausgegeben. Einmal wird dieser Schleifenzähler ausgegeben, t also, das ist ein Tabulator, was du hier siehst. Hier ist kein Return dran, hier ist ein Line-Feeder und Return dran und hier ist dann t Modulo 5. So, das können wir uns mal kurz ansehen, mal gucken, was die Maschine dazu sagt. Ich mache uns mal die serielle Konsole auf, die macht jetzt gerade noch gar nichts. So, und da ist unsere Ausgabe, unsere Ausgabe der seriellen Konsole, das ist natürlich jetzt mehr geworden, als ich eigentlich auf dem Bildschirm kriegen wollte, aber wir können ja mal kurz heraufscrollen. du siehst, der erste Wert hier fängt bei 0 an, 1, 2, 3, 4 und das bleibt alles gleich. Bis er zum Modulo kommt, zum Modulo 5 nämlich kommt, da, dann geht das nämlich wieder bei 0 los, 0, 1, 2, 3, 4, also 5 Schritte mit der 0 dabei und so fort, und so fort, und so fort. Das heißt, wir können mit Modulo, können wir also sehr schön eine Zahlfolge, wenn du dir vorstellst, das wären unsere Millis, und wir können unsere Millis mal eben kurz eingrenzen damit. Wir können nämlich mit Modulo einfach sagen von wegen, okay, du sollst jetzt nicht bis ums Endliche laufen, sondern du sollst nur bis 300, 400 laufen oder so, und wir kriegen damit also praktisch eine Zahlenfolge rauf, in der wir einen größer, kleiner fragen können. Sollen wir das mal machen? Ein paar glitzekleine technische Schwierigkeiten später habe ich jetzt aber ein Programm für euch und so sieht es dann jetzt aus. Also mein LED Build-In-Pin wird hier, wie gehabt, auf Output geschaltet oben im Setup. Danach gehe ich hin und erzeuge eine neue Variable, die heißt dann auch Modulo, damit wir wissen, was das ist, und die ist Millis Modulo 1000. Das heißt, diese Variable läuft die ganze Zeit von 0 bis 1000 oder wahrscheinlich bis 999. Egal. Danach gehe ich dann hin und mache eine IF auf. IF Modulo größer 500, dann soll meine LED 1 sein oder wenn nicht, dann soll meine LED, machen wir das mal richtig, low sein. So, dann schicken wir das doch mal in die Maschine. Ja, und wie erwartet haben wir da oben jetzt eine blinkende LED, die jetzt auch gemütlich mit ihrem Einherz, also einmal alle Sekunde vor sich hin blinkt. Sehr schön, das ist ja eigentlich schon genau das, was wir haben wollen. Geht das denn kompakter? Ich habe ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir das auch in einer Zeile unterkriegen. Ja, das geht. Um sowas zu schreiben, gehe ich jetzt mal hin und mache uns mal einen neuen Loop auf, mit dem wir rumblödeln können. Den setze ich mal gerade auf. Irgendwas, ne? Void Loop. Ding, 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 ding. So, und ich klaue mir mal hier unten unsere Digital Write Funktion, weil mehr möchte ich gar nicht haben. Jetzt muss man wissen, dass diese Funktion als Übergabe wird, also hier wird ja angesagt, welcher Pin wird benutzt und hier wird praktisch nur ein Logik Level übertragen, also eine 1 oder eine 0, High oder Low. Jetzt muss man wissen, dass C++ da ganz raffiniert sein kann, weil du kannst hier, die musst du hier nicht reinschreiben, das ist 1 oder 0, sondern du kannst hier tatsächlich auch Abfragen reinschreiben. Du kannst hier also zum Beispiel drin sagen, ich sage jetzt hier mal ganz klar, Milch, Prozent 1000, ich mache mal ein Prozent dahin, also Modulo, das klingt auch besser, ne? 1000 und letztendlich kann ich sagen, größer 500. Was ich jetzt hier tue, hier ist meine Funktion, die ist indentisch mit dem Ding hier und wir wissen, dass meine if-Funktion hier unten, die macht nämlich nichts anderes als das hier, dass meine if-Funktion hier einfach nur sagt, größer 500, das anders macht die nicht. Diese Aussage hier, die wird immer mit einer 1 oder einer 0 zurückkommen, und zwar immer danach, wo ist Millis gerade, ist mein Ergebnis von diesem Block hier, größer 500, dann habe ich eine 1, dann ist es wahr, oder ist es kleiner 500, dann habe ich eine 0. Schick mal das doch mal an die Maschine. Ah, warte mal, ich mache mal kurz andere Zeiten hier rein, damit wir auch sehen, dass da ein Unterschied ist. Ich mache da mal gerade 500 draus und da machen wir jetzt einfach mal 250 draus. Go! Tschakka, würde ich das nennen. Das ist unser Blink-Sketch. Eine Zeile nur, den ganzen Lafel hier unten können wir uns sparen, weil der war ja jetzt eigentlich nur zur Referenz, zur Referenz war der nur da. Das ist dein gesamtes Blink-Sketch hierfür. Du kannst übrigens auch asynchron mitarbeiten, wenn du jetzt also hingehst und sagst, ich möchte eine viel kürzere Blinkzeit haben, kannst du zum Beispiel auch sagen, sowas hier. Wir haben jetzt also eine lange Anzeit und eine kurze Off-Zeit. Wenn ich es rumdrehen will, muss ich einfach nur hier die Formulierung ändern. Muss ich nicht einfach nur sagen, mach das mal kleiner. Ja, und jetzt haben wir einen kurzen Blink-Impuls mit einer langen Pause dazwischen. und du siehst, es ist komplett asynchron. Ich habe hier keinen Delay zwischen, ich könnte jetzt hier, während das ganze Ding läuft, könnte ich jetzt zum Beispiel mit den Sensoren abfragen, gar kein Problem mehr mit. Das ist eine sehr, sehr geschickte Formulierung. Das heißt, hat übrigens einen Namen, diese Art der Programmierung. Das hier ist Branchless-Programmierung. Branchless kommt von verzweigungslos, also kein If da drin, der jetzt irgendwie fragt, von wegen da rum oder so rum, sondern ich mache es praktisch alles in einer Funktion, ohne dass ich hier irgendwas mit einem If machen muss. Ich kriege dadurch einen sehr kompakten Programm-Code hin. Der Compiler kann das auch sehr, sehr gut optimieren. Und ja, das ist schon eine sehr, sehr coole Sache, das so zu machen. Du hast ja gesehen, man kann hier das Tastenverhältnis ändern. Es soll übrigens auch Leute geben, die haben mit sowas schon mal ein Servo angesteuert. Habe ich gehört. Irgendwo. Weiß nicht mehr wo. Egal. Ja, das war es für heute von mir. Ich hoffe, auch solche Projekte sind mal interessant für euch zu sehen, wo man dann sagen kann, okay, wie kann ich den hier dran optimieren? Was gibt es denn hier für raffinierte Sachen bei? Nicht immer nur Hauptsache, es funktioniert, sondern wie mache ich es elegant? Okay, bis zum nächsten Mal.